Musik Was findest du denn schön an der DPSG? Ja, ich finde schön, dass die Abenteuer machen und dass man da richtig Spaß hat. Ja, und dass die da viele Sachen machen. Ja, und dass man hier richtig gut spielen kann und wandern gehen. Und ich bin bei der DPSG, weil ich es toll finde, wie viel gemeinsame Fahrt man macht und wie die es gewaltsamer Handeln dann ist. Ja, also an Fahrtfühlen finde ich gut. Die setzen sich auch für andere Länder ein. Jetzt zum Beispiel hier das Projekt auch mit Afrika. Und ja, überhaupt, das macht mir auch sehr viel Spaß, weil wir da auch auf Lager fahren und ja, ich find's halt einfach gut. Ich bin seit 14 Jahren, nee, 17 Jahren Fahrtfinder, als Jofi angefangen. Und für mich ist das auch so eine Lebenseinstellung. Ich hab Freunde da. Ja, ich bin gerne draußen. Also alles in allem einfach, wie gesagt, eine Lebenseinstellung und das reicht eigentlich schon, denke ich mal, ins Grund. Ja, der Spaß an der Freude, der Lebensstil, dass es die Energie, dass die Fahrtfinderreihen weitergeht. Dass man nicht nur Fahrtfinder ist, wenn man mit Fahrtfinder weg ist, sondern auch Fahrtfinder ist, wenn man nicht mit Fahrtfinder weg ist. Also, dass wir so viele Ausflüge machen und dass wir auch so viel Geld spenden für gute Zwecke, dass es auf jeden Fall Spaß macht. Also, ich find ja am tollsten die Gemeinschaft. So nach 15 Jahren kann ich das gut behaupten, dass man mit denen durch die Rundin gehen kann. Und nach 15 Jahren immer noch viel Spaß an der Seite hat. Weil es Spaß macht in der Natur, da zu lernen und so. Halt lernt man viel über Natur und man lernt Freunde kennen halt und so. Gemeinschaft hat man halt, hat man, Freunde kriegt man halt auch viel mehr. Ja, und Luftzutaten ist halt auch eine Ehre, wenn man halt so in der Öffentlichkeit auf dem Bahnhof so mal steht. So wie mir, ein bisschen aus Nagel, ein bisschen mehr auf dem Bahnhof. Und dann hat uns halt auch jeder anguckt, der denkt man halt auch, naja, die guckt dann an, weil man, weil sie wahrscheinlich denkt, naja, die Fahrt findet, die macht ja meistens auch gute Tate und so. Ja, Gute an der DPSG ist, das macht Spaß hier mit anderen Leuten irgendwelche Action zu starten. Ja, man lernt hier korrekt viele Leute kennen, das ist ausdrehen. Endlich Spaß mit vielen netten Leuten. Ein DPSG, jetzt, also grundsätzlich würde ich erstmal Fahrtfinder sagen, dass Fahrtfinder die besseren Menschen sind, weil man mehr für die Gemeinschaft tut, auch wie die grundsätzlich ja in der DPSG. Ja, ich denke, wenn alle so leben würden, wäre es ein besseres Miteinander. Und da eben mitzuhelfen und das auch den Jungen, den Kindern weiterzugeben. Ja, das ermuntert mich da immer noch was zu machen für die Jugend. Ja, gut an der DPSG finde ich eigentlich, dass sie ein ganz anderes Konzept haben für Kinder, als andere Vereine halt viel in der Natur machen und ja, viel wegfahren, viel in aller Welt machen und halt überall vorhanden sind und nicht nur hier in Deutschland. Was findest du gut an der DPSG? Ja, die Gemeinschaft, also das Zusammenleben an einem stammen, dass man Aktionen macht, die anderen helfen und die Gemeinschaft über mehreren Kontinenten. Alles klar, was ich sehr toll anfinde, ist die Jugendarbeit, speziell die Arbeit mit Behinderten, wenn das auch immer nicht mal schwer ist, wie jetzt zum Beispiel. Und ja, Lagerbauten sind toll für kleinere Kinder oder Geländespiele oder sowas. Und auch die Arbeit mit kleinen Kindern und auch den Umgang mit Kindern aller Altersstufen. Also wir haben jetzt kleine Kinder mit älteren Erwachsenen aus Ausland machen und so. Was ich gut finde, ist hier die Gemeinschaft, dass man hier so mit ziemlich vielen Gleichen hier, also dass man das hier erleben kann, ein Pfingstlager alleine zu machen, ist recht langweilig. Und hier ist das Geniale, auch beim schlechten Wetter oder so, hat man so einen Zusammenhalt und irgendwie ist man nicht so alleine. Da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man alleine im Regen steckt, sondern so ein Zusammenhalt da ist. Wenn man irgendwas braucht, kann man andere fragen, das ist recht toll hier. Was mir sonst an der DPSDA-Gemeinde gut gefällt, ist das soziale Arrangement Richtung diese Jahresaktion. Das finde ich recht gut. Ich finde an den Fahrtwintern gut, dass es eine Gemeinschaft ist, man fühlt sich nie alleine, man hat tolle Camps, in die man fährt und da Spaß hat. Ja. Genau. Genau. Was ich an den Fahrtwintern, also Fahrtwintern ist an einem Lebenseinstellung, weil ich weiß nicht, ich finde das ist etwas super. So viele Leute und egal wo man hinkommt, man trifft die und das ist total so, man kann sich eigentlich fast mit jedem unterhalten, ob es beim Zähneputzen ist oder beim Spülen oder so, man trifft immer einfach mit Leuten, mit denen man sich unterhalten kann. Und gerade hier und da. Super. Und den Fahrtwintern finde ich gut, wenn wir mit den Zeltlagern, wenn wir dann grillen und so. Und ja, das war's. Ja, ich finde das cool, den Fahrtwintern, dass wir dann so zum Beispiel am Feuerfaust sitzen, ein bisschen Lieder singen und so und grillen. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich stark unter einem Wald schnitzt und so und gerade ist das wirklich schön. So, ich finde an den Fahrtwintern gut, dass man da Ausflüge macht und grillen, lang aufbleiben, ja und lang wandern tut. Und gut an der DPSG finde ich, dass man viel Spaß mit Gleichaltrigen und auch mit den Kindern zusammen haben kann und auch aus vielen anderen Städten und auch von Ländern Leute kennenlernen kann. Ja, die Gemeinschaft, die ist echt, das was ich da echt toll dran finde. Mir gefällt es auf alle Fälle die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, was bei uns auch im Stamm vorherrscht und einfach auch der Zusammenschluss, dass man sieht, dass so viele Leute hier 6000 an einem Strang ziehen, für dieselbe Sache leben und dafür alles geben. Ich denke, das ist das, was die DPSG ausmacht. Ich bin bei der DPSG, weil meine Freundinnen dabei sind, weil man hier wunderbar Spaß haben kann. Ganz einfach. Malte, warum möchtest du später mal auf zu den Fahrtwintern? In dieser Familie wird man in die Fahrtwintern reingeboren, aber da kann man keine andere Schöne. Genau. Mein Vater war Fahrtwinner, mein Großvater war Fahrtwinner. Also mein geschwitzter Schwäger, tanken Appels, netten Liechten sind Fahrtwinner. chưa? Bro. Nee, klar. Hallo. Ciao,ARD,building! pros. Wobei, scheinen. Px- los. zelfs. costa genau. Let's. Wooks. Wooks. Seine. φ. Wooks. 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 Vielen Dank.